Nummer 108, Schwarze Perle. Ein Rapsstuhlfohlen geboren am 10. Mai von Schwarzgold, Dressage Royale, Dream of Glory. Aus der Zucht und dem Besitz von Dörtering leben aus Sphinxst. Mutter Donna Anna war siegreich in Äldreshurn und Großmutter Dream Darling stellte Deutschgraf von Dressage Royale International S2 Sterne erfolgreich mit Julia Prinzseva. Aus dem Mutterstamm, Schickeria von Sir Donahal 1 International S-Erfolgreich mit Wiebke Bruns. Dulino von Diamond Hit S-Erfolgreich mit Marjalena Bosch-Arens. Santorina von Sir Donahal 1 S-Erfolgreich mit Laura Ehring. Untertitelung des ZDF, 2020. 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 Untertitelung des ZDF, 2020